Unsere Elektro-Lattenroste stützen ihren Körper perfekt, gewährleisten höchste orthopädische Ansprüche und bieten ihnen so mehrere komfortable Positionen zum Schlafen, Lesen oder Fernsehen. Im Gegensatz zu anderen Lattenrosten können elektrische Lattenroste per Knopfdruck stufenlos auf verschiedene Positionen eingestellt werden. Sie unterscheiden sich untereinander anhand der elektrischen Elemente und der Anzahl der Motoren. Auch wir bieten ihnen verschiedene Varianten an, die sich durch ihre Einstellmöglichkeiten unterscheiden. Variante 01 beispielsweise kann im oberen Bereich verstellt werden, Variante 02 hingegen ist starr und lässt sich nicht verstellen. Die einfache Handhabung unserer Elektro-Lattenroste hat einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Lattenrosten. Bei normalen Lattenrosten muss vor dem Verstellen die Matratze angehoben und danach wieder auf den Lattenrost gelegt werden, was mit einem großen manuellen Aufwand verbunden ist. Bei unseren Allnatura Elektro-Lattenrosten ist das anders. Hier genügt ein einfacher Knopfdruck und der Lattenrost fährt samt Matratze in die gewünschte Position. Ein Elektro-Lattenrost kann außerdem genauer eingestellt werden als ein herkömmliches Modell. Damit ist jedem, der im Bett oft liest oder fernsieht, höchster Komfort garantiert. Durch die zweifache Kopfverstellung ist zusätzlich eine noch bequemere und völlig entspannte Haltung möglich. Auch bei diversen Erkrankungen ist der elektrisch verstellbare Lattenrost optimal, da er hilft, einfach und schnell eine für Sie angenehme und vorteilhafte Position einzunehmen. Durch die Verstellmöglichkeit im Fußbereich können Sie nach einem anstrengenden Tag abends zusätzlich auch noch Ihre Beine entlasten. Die Elektro-Lattenroste von Allnatura bieten also besten Liegekomfort auf Knopfdruck. Entdecken Sie jetzt unsere Auswahl an elektrisch verstellbaren Lattenrosten auf unserer Homepage.